Willkommen zur Januar-Challenge. Hierbei werdet ihr jede Woche von mir Aufgaben bekommen. Diese werden jeden Donnerstag auf YouTube hochgeladen. Die Aufgaben werden nicht nur im Judo-Bereich stattfinden, sondern auch im Bereich Kraft, Ausdauer und Koordination. Des Weiteren wird es ein Kreativteil geben für die Jüngeren unter uns. Dieser wird in der ersten und in der dritten Woche bereitgestellt. Eure Ergebnisse müsst ihr mir bis zum 7. Februar 2021 schicken und die Kinder, die ein Abzeichen von der Judo-Safari haben möchten, müssen an mindestens 2 der Challenges teilnehmen.